Die Meditationstechnik, die Chökyam Trungpa Rinpoche seine Schülerinnen und Schüler lehrte, nennt sich Samatha-Vipassana-Meditation. Als Trungpa Rinpoche im Westen zu lehren begann, empfahl er seinen Schülern, ihren Geist zu öffnen und sich zu entspannen. Wenn sie von Gedanken abgelenkt würden, so sagte er, sollten sie die Gedanken sich einfach wieder auflösen lassen und in den offenen, entspannten Geisteszustand zurückkehren. Nach einigen Jahren erkannte Rinpoche, dass einige Schüler mit dieser einfachen Anweisung überfordert waren und ein bisschen mehr formelle Technik brauchten, um Fortschritte zu machen. Daher begann er, seine Anweisungen etwas abzuwandeln, allerdings ohne die eigentliche Absicht der Meditation zu verändern. Er betonte die korrekte Sitzhaltung stärker und lehrte, die Aufmerksamkeit sehr entspannt auf das Ausatmen zu richten. Später erklärte er, dass er die Übung mit dem Ausatmen deshalb gewählt habe, weil sie dem Ruhenlassen des Geistes in seinem natürlichen, offenen Zustand am nächsten komme, aber trotzdem noch ein Objekt böte, auf das man zurückgreifen könne. Er legte großen Wert darauf, dass es sich um ein natürliches Ausatmen handeln müsse, der Atem also in keiner Weise manipuliert werden dürfe. Die Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit soll sehr sanft sein, den Atem nur eben leicht berühren und ihn sofort wieder loslassen. Nur etwa 25 Prozent der Aufmerksamkeit sollen beim Atem sein, sodass man sich seiner Umgebung noch bewusst ist und keine hinderliche Störung der Meditation in ihr sieht. Viele Jahre später benutzte er eine humorvolle Analogie, in der er den Meditierenden mit jemandem verglich, der einen teuren Anzug trägt und einen Löffel Wasser hält. Man könne sehr wohl ganz glücklich in vollem Bewusstsein seines Anzugs da sitzen, ohne sich von dem Löffel voll Wasser in der Hand ablenken zu lassen. Es geht nur darum, nicht zu versuchen, irgendeinen besonderen Zustand zu erreichen oder die Klänge und Bewegungen des Alltags zu transzendieren. Stattdessen wurden wir aufgefordert, uns immer mehr mit unserer Umgebung zu versöhnen und die Welt um uns herum sowie ihre in jedem Augenblick sichtbare gewöhnliche Wahrheit immer mehr schätzen zu lernen. Die meisten Meditationstechniken beinhalten ein Meditationsobjekt, etwas, zu dem die Aufmerksamkeit immer und immer wieder zurückkehrt, gleichgültig, was einem in den Sinn kommt. Durch Regen, Hagel und Schnee, in schönem wie in schlechtem Wetter, kehrt man immer wieder zum Objekt der Meditation zurück. In diesem Fall ist das Objekt unserer Ausatmung, das flüchtige, stetig sich verändernde, ungreifbare und doch immer wieder neu entstehende Ausatmen. Das Einatmen ist nichts als eine Pause oder Lücke. Es gibt nichts weiter zu tun, als auf das nächste Ausatmen zu warten. Ich habe diese Technik einmal einer Freundin erklärt, die viele Jahre mit einer sehr konzentrierten Meditation auf sowohl das Ein- als auch das Ausatmen und andere Objekte geübt hatte. Auf meine Erklärung rief sie aus, aber das ist unmöglich, niemand kann so üben, da bleibt ja ein ganzer Bereich ohne spezielles Objekt für die Achtsamkeit. Damals habe ich zum ersten Mal verstanden, dass in Rinpoches Anweisung die Möglichkeit zum Loslassen bereits eingebaut war. Ich hatte Zen-Lehrer sagen hören, Meditation sei die Bereitschaft, immer und immer wieder zu sterben. Und hier hatten wir es. Bei jedem Ausströmen des Atems und seiner Auflösung im Raum bot sich die Gelegenheit, für alles Vorangegangene zu sterben und sich zu entspannen, statt wie gewohnt in Panik zu geraten. Rinpoche bat uns, im Zusammenhang mit Meditation nicht von Konzentration zu sprechen, sondern geschmeidigere Ausdrücke zu finden. Wir rieten also den Schülern, den Ausatmen zu berühren und loszulassen oder die Aufmerksamkeit leicht und sanft auf dem Ausatmen ruhen zu lassen oder mit dem Atem eins zu werden, während er sich nach außen entspannt. Die Grundlage war natürlich weiterhin, sich zu öffnen und zu entspannen, ohne etwas hinzuzufügen, ohne Konzepte zu bilden, sondern immer wieder zurückzukehren zum Geist, wie er ist. Klar, licht und frisch. Nach einiger Zeit verfeinerte Rinpoche die Anweisung noch ein bisschen weiter. Er forderte uns auf, unsere Gedanken als Denken zu benennen. Wir saßen da mit unserer Konzentration auf das Ausatmen und bevor wir wussten, wie uns geschah, verloren wir die Konzentration und unmerklich waren wir in eine völlig andere Welt von Plänen, Sorgen, Fantasien geraten, eine ganz und gar aus Gedanken bestehende Welt. In dem Augenblick, in dem wir unser Abschweifen bemerkten, so lautete die Anweisung, sollten wir Denken zu uns selbst sagen und ohne ein Drama daraus zu machen, wieder zum Ausatmen zurückkehren. Jemand hat aus dieser Art zu üben einen Tanz choreografiert. Der Tänzer kam auf die Bühne und setzte sich in die Meditationshaltung. Nach einigen Sekunden kamen ihm leidenschaftliche Gedanken. Der Tänzer drückte den Prozess aus, indem er wilder und wilder tanzte, während aus dem Funken des Begehrens allmählich eine ausgewachsene sexuelle Fantasie wurde. Dann erklang ein Glöckchen und eine ruhige Stimme sagte, Denken. Der Tänzer kehrte wieder in seine Meditationshaltung zurück. Etwa fünf Sekunden später begann der Tanz des Zorns. Wieder begann alles mit einer winzigen Irritation, die in immer wildere Fantasien explodierte. Danach kam der Tanz der Einsamkeit, dann der Tanz der Benommenheit. Und jedes Mal erklang das Glöckchen, die ruhige Stimme sagte, Denken, und der Tänzer entspannte sich wieder, jedes Mal ein bisschen länger, in den immer fühlbarer werdenden Frieden und die Offenheit des einfachen Sitzens. Der Moment, wo wir Denken sagen, ist ein höchst interessanter Punkt in der Meditation. Es ist der Augenblick, in dem wir uns bewusst in Sanftmut und der Entwicklung einer nicht urteilenden Haltung üben. Das Sanskrit-Wort für liebevolle Güte lautet Maitri. Maitri wird gelegentlich auch als bedingungslose Freundlichkeit übersetzt. Jedes Mal also, wenn Sie zu sich selbst Denken sagen, kultivieren Sie diese Art bedingungsloser Freundlichkeit gegenüber allem, was in Ihrem Geist erscheint. Bedingungsloses Mitgefühl ist nur sehr schwer hervorzubringen, doch diese einfache und direkte Methode hilft außerordentlich bei seiner Entwicklung. Manchmal haben wir Schuldgefühle, manchmal sind wir arrogant, manchmal erschrecken unsere Gedanken und Erinnerungen uns und wir fühlen uns furchtbar. Ununterbrochen ziehen Gedanken durch unseren Geist. Und wenn wir meditieren, lassen wir ihnen jede Menge Raum. Unsere Gedanken bekommen Raum und sie dürfen erscheinen wie Wolken am Himmel oder Wogen im Ozean. Wenn einer dieser Gedanken, sei er angenehm oder unangenehm, hartnäckig ist und uns davon trägt, dann lautet die Anweisung, ihn als Denken zu benennen. Und zwar mit so viel Offenheit und Freundlichkeit, wie wir nur aufbringen können. Und ihn sich damit wieder in den weiten Himmel auflösen zu lassen. Sollten die Wolken und Wogen augenblicklich zurückkehren, kein Problem. Wir bemerken sie mit der immer gleichen bedingungslosen Freundlichkeit, benennen sie als Denken und lassen sie gehen. Wieder und wieder und wieder. Manche Menschen versuchen die Meditation zur Vermeidung unangenehmer Gefühle und störender Gedanken zu benutzen. Es ist durchaus verführerisch, die Übung des Benennens zu benutzen, um das loszuwerden, was uns stört. Denn wenn wir Glückseligkeit oder Inspiration spüren, könnten wir glauben, es endlich kapiert zu haben und versuchen, an diesem Ort des Friedens und der Harmonie zu bleiben. Daher ist es von Anfang an wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, dass es in der Meditation darum geht, sich allem, was entsteht, entspannt zu öffnen, ohne zu urteilen und zu wählen. Meditation ist definitiv nicht dazu gedacht, irgendetwas zu unterdrücken oder das Greifen noch zu fördern. Allen Ginsberg benutzte den Ausdruck Überraschungsgeist. Man sitzt da und rums kommt eine ziemlich böse Überraschung zum Vorschein. In Ordnung, sei's drum. Dieser Teil darf nicht abgewiesen, sondern muss mitfühlend als Denken anerkannt und losgelassen werden. Dann, oh, erscheint eine ganz erfreuliche Überraschung. In Ordnung, sei's drum. Auch dieser Teil darf nicht festgehalten, sondern muss mitfühlend als Denken erkannt und losgelassen werden. Die möglichen Überraschungen, so entdecken wir, sind endlos. Milarepa, der tibetische Yogi aus dem 12. Jahrhundert, hat wunderschöne Lieder über die richtige Art zu meditieren gesungen. In einem seiner Lieder heißt es, dass der Geist mehr Projektionen hervorbringt als Staubteilchen in einem Sonnenstrahl tanzen und dass selbst hunderte von Speeren diese Aktivität nicht auslöschen können. Als Meditierende können wir also ebenso gut aufhören, uns gegen unsere Gedanken zu wehren und begreifen, dass Aufrichtigkeit und Humor um vieles inspirierender sind als religiöse Kreuzzüge für oder gegen etwas. Auf keinen Fall geht es darum, die Gedanken loszuwerden. Es geht darum, ihre wahre Natur zu erkennen. Wenn wir sie ernst nehmen, werden die Gedanken uns im Kreis hetzen. Dabei sind sie in Wirklichkeit wie Traumgebilde. Sie gleichen einer Illusion und sind durchaus nicht so solide, wie wir glaubten. Sie sind genau das, als was wir sie benennen. Denken. Im Laufe der Jahre verfeinerte Rinpoche die Anweisungen zur Körperhaltung in der Meditation immer weiter. Er sagte, es sei niemals eine gute Idee, in der Meditation zu kämpfen. Wenn also unser Rücken oder unsere Beine schmerzten, durften wir uns bewegen. Dennoch wurde bei der Arbeit an einer korrekten Haltung bald klar, dass man viel entspannter und gelöster in seinem Körper ruhen kann, wenn man nur sehr kleine Anpassungen vornimmt. Große Bewegungen können für fünf bis zehn Minuten Erleichterung bringen, bis dann wieder das Bedürfnis aufkommt, sich zu bewegen. Schließlich befolgten wir die traditionellen sechs Punkte einer guten Haltung, um zu echter Gelassenheit zu kommen. Diese sechs Punkte betreffen erstens den Sitz, zweitens die Beine, drittens den Oberkörper, viertens die Hände, fünftens die Augen und sechstens den Mund. Die Anweisungen lauten folgendermaßen. Erstens, ob Sie auf einem Kissen, auf dem Boden oder auf einem Stuhl sitzen, die Sitzfläche sollte auf jeden Fall eben sein, weder nach rechts oder links, noch nach vorn oder hinten geneigt. Zweitens, Sie kreuzen Ihre Beine bequem vor sich. Wenn Sie jedoch auf einem Stuhl sitzen, stellen Sie die Füße flach auf den Boden, die Knie einige Zentimeter auseinander. Drittens, der Oberkörper ist aufrecht, mit geradem Rücken und offener Brust. Sitzen Sie auf einem Stuhl, ist es am besten, sich nicht anzulehnen. Wenn Sie zusammensinken, richten Sie sich einfach wieder auf. Viertens, die Hände sind geöffnet und ruhen mit den Handflächen auf den Oberschenkeln. Fünftens, die Augen sind geöffnet, als Ausdruck dafür, dass wir wach, entspannt und mit allem in Kontakt sind. Der Blick ist leicht nach unten gerichtet, etwa einen Meter nach vorn. Sechstens, der Mund ist leicht geöffnet, der Unterkiefer entspannt, sodass die Luft leicht durch Mund und Nase strömen kann. Die Zungenspitze kann den oberen Gaumen berühren. Jedes Mal, wenn Sie sich zur Meditation hinsetzen, können Sie die sechs Punkte kurz durchgehen. Und jedes Mal, wenn Sie merken, dass Sie abgelenkt waren, können Sie die Aufmerksamkeit wieder zu Ihrem Körper zurückbringen, indem Sie die sechs Punkte noch einmal durchgehen. Mit dem Gefühl, einen neuen Anfang zu machen, kehren Sie dann wieder zum Ausatmen zurück. Wenn Sie entdecken, dass die Gedanken Sie davon getragen haben, machen Sie sich keine Sorgen. Sagen Sie ganz einfach zu sich selbst, denken und kehren Sie zur Offenheit und Entspannung des Ausatmens zurück. Kommen Sie wieder und wieder ins Hier und Jetzt zurück. Manche Menschen finden das Meditieren anfangs recht aufregend. Es ist noch neu und man hat die Erwartung, dass die Meditation alles Unerwünschte beseitigen, und uns endlich offen, vorurteilsfrei und bedingungslos freundlich machen kann. Mit der Zeit jedoch verliert sich das Gefühl des Neuen. Man nimmt sich jeden Tag ein bisschen Zeit und setzt sich mit sich selbst nieder. Durch Langeweile, Irritation, Angst und Wohlbefinden kehrt man wieder und wieder zum Atem zurück. Dieses Durchhaltevermögen und die ständige Wiederholung sind, wenn Sie mit Aufrichtigkeit einer gewissen Leichtigkeit mit Humor und Freundlichkeit verbunden sind, ihre eigene Belohnung. Haben wir die Anleitungen erhalten, können wir üben. Danach liegt es an uns, wie es weitergeht. Letztlich läuft alles auf die Frage hinaus, wie es um unsere Bereitschaft steht, offener zu werden und unseren klammernden Griff zu lockern. Wie aufrichtig wollen wir mit uns selbst sein? Wie aufrichtig wollen wir mit uns selbst sein? Untertitelung des ZDF, 2020